Dann kann ich ja schon so weit. So. Das hat mit vielen Fotografen zu tun, ne? Also... Okay. Ich hab' den gerade eigentlich ausgedacht, aber gut. Soll echt? Ja. Den haben schon oft Leute gebracht. Geh' mal weg, KIA! Look at her butt! Ah, ich hab' den Zeig-Gro-Wier. Look at her butt, her butt is amazing! Wollen wir vielleicht die Tissini-Mitte? Oder so? I don't care. Auch okay. Ich fass halt immer noch nicht, dass man so'n Lied von Nicki Minaj, das dann im Grunde um den Arsch geht und die Anaconda des Types in so'n schönes Country umwandeln kann. Die Anaconda des Typens? Ja! Darum geht's doch! Die Anaconda des Typens? Ha, 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 synonym für Penis! Nein. Echt? Ich dachte, es geht um ne Schlange. Oh, äh, drei Stücke sind Mitte. Oh, kein Kiel-D-D. Geht da nicht um ne Schlange? Ich glaub, die wollen uns raiden. Natürlich geht's da um ne Schlange. Was machst du denn? Wollen wir ein Stück hinten bleiben? Kein Ding. Die Liming konzentriert sich hauptsächlich darauf, mich zu ficken. Hm, geil. Da kommt was hoch. Noch mehr außer dem Diablo? Mit ihrem geplaced Shit. Boah, da kommt was, Bot, du! Absteh, du kriegst Besuch auf der Bot. Danke! Da wirst du irgendwie so, du hattest du gedacht, nö, ich hab keinen Respekt vor euch. Und ich so, okay, dann gehen wir halt rein und dann haben wir den Schaden gegeben. Danke, Soto. Muss nach dem Match wahrscheinlich gehen. Ich so, ich bin Sonja und mach eh was ich will, weil ich mach Sonja Sachen. Da kommt was hoch, da kommt was hoch, da kommt was hoch. Ja, weil die zwei Tanks gerade auf die Fresse kriegen. Atanis Diablo kriegen auf die Fresse. What the fuck? Okay, lass dich wieder alleine haben stehen. Jo. Diablo ist Mitte. Sonst drehen uns auf unten und links. Danach nehmen wir rechts. Nach unten. Diablo ist hinter mir. Ja, ist okay. Ist nicht okay, wenn noch die Liming auf mich drauf haut. Na, schade. Wir haben vier noch nicht. Ich muss Brunnen eben. On my way. Geht hier unten, ihr könnt rechts nehmen. Bin tot. Da hab ich beobachtet, deswegen bin ich schon so rüber gegangen, so komisch. Scheiße, wir haben die Liming nicht abgebrochen gekriegt. Ja. Ja. Nicht schlimm. Wir haben dafür... Oh shit. Ich sterbe, Hamsthi! Was soll ich machen? Weiß ich nicht. Laufen. Laufen. Aber ist okay. Okay, Hamsthi. Wenn du noch kein Leben hast. Du hast noch kein Leben gerettet. Ja, ja. Aber gut, wir haben zwei Tempel bekommen. War zu faul, weiter zu laufen. Ja, die Liming stand da nur keine Sorgen. Ja, ne? Weil nichts Wichtiges. Ali, möchtest du vielleicht einfach auf meinem Schoß liegen? Ist das eine Option? Komm mal hin. Komm. Also ich werde keinen Camp machen, außer ihr sagt das, ne? Nein, kein Camp. Wah. Ja. Hallo Diablo. Tschüss Diablo. Valamiz. Doch nicht. Valamiz. Valamiz. Das ist los. Nur Diablo ist gerade mit. Okay, Liming auch. Ja, gerade ein bisschen den Diablo, damit du die Wave machen kannst. Ja, ja. Boah. Valamiz. Du warst ein bisschen auf unten am Steg. Ja. Kriegen wir ihn? Nice. Ich erzählte so Juli die Tage, dass jetzt ja das Goldböckchen raus ist, für immer. Und Juli so, oh, schade. Und ich so, wieso schade? Du hast es doch. Stimmt. Ja, dann geil. Juli. Ja, hier ist der direkte Vergleich der Mounds. Ja. Au. Ja, selbst die Liming fand deins nicht so schön. Okay, meins auch nicht. Ja, weil sie selber keine Zeitverschaft ist. Kata, Kata. Geh mal schneller. Geh mal gleich links. So, ich hab das Problem oder so. Ich versuche einfach mal Liming abzubrechen. Ich hab's mal geschafft. Achso. Gut, dann nehme ich mal links. Dann mal so hier rein. Sag der Psycho oder so. Achso, hab ich akustisch nicht vernommen. Da war schon zu viel gewobbelt. Psycho oder so kommt jetzt rein. Oder Liming nimmt? Nein, tut sie nicht. Gut. Tut mir leid, dass ich auf Athanas fokuse, aber ich weiß halt einfach, wie schnell ich den runterbürste. Die Kollegen, weil er echt scheiße ist. Ich hab's noch nicht verloren. Ich hab noch nicht verloren. Ich hab noch nicht verloren. Ich hab noch nicht verloren. Das war ein guter Psycho, ich hab's auf Bild. Danke. Ich leider nicht. Was ist passiert? Ich hab die Liming noch gekillt. Das sah so lustig aus, weil die Liming einfach stehen. Pass auf, die Liming ist hier gestorben. Leul. Ja. Alles klar. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaut bei Reptile aufm Kanal. Link in der Videobeschreibung. Psycho dreht schon um. Willst schon weggehen. Im Liming bleibt aber Eisgeld stehen. Psycho dreht sich nochmal um und smasht sein W drauf, tot. Leul. Ich hab so gedacht, da hat kaum ein W geht noch. In der Mitte ist grad nix. Ja, die waren ja auch alle gerade tot. Hotline, Waller und Malfurion. Was hast du gesagt? Um die zwei Tanks, ich geh back. Ja, ich spare mir den Brunnen. Oh, ich geh back. Komm dann gleich wieder hoch. Ja, ich könnte kurz unten Hilfe brauchen. Die können mal rippen. Okay, komm kurz runter. Prinzipiell, ich baite sie. Ich baite sie. Okay. Glaubst du, wir schlafen unten. Oben. Weil das nämlich mega greedy. Na? Oben ist? Ja, oben ist Mitte. Okay, bringen wir schnell das Camp durch. Die machen ihr Camp. Soll ich dazu kommen? Ja. Artanis kommt. Artanis kommt. Waller ist in der Scheißposition. Ja, ich bin geswitcht worden. Shit. Geh raus, 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 raus. Ich hab Mosch, raus, raus. Du hast Mosch, 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 Mosch. Ich hab Style und das Geld. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ich mein, wir haben jetzt zwar nur einen Kill rausgezogen, aber wir haben das Camp noch bekommen. Ja. Soto, möchtest du mir irgendwas mitteilen? Wollen wir Liebe machen? Gibt's mir immer so wunderschöne Ultis? Ja, mit dir doch immer. Mit mir immer. Eww. Na ihr beiden macht ja bald noch ganz viel Liebe in der Heldenliga. Eww. Soto freut sich bestimmt auch, dass er jetzt jemanden zum Queueen hat. Ja, ich auch. Ja. Ich hab mir so meine Freundesliste angeguckt und da war nicht viel mit dem ich spielen kann. Ja, was bist du auch so hoch gerankt, Mensch. So, dass die Linien klatschen war. Ich mein, ich hab auch ein paar Leute, die ich hier ranken könnte, aber ich möchte lieber mit Leuten ranken, denen ich auch vertraue. Nice. Braum, in effect. Bait. 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 Halt, Atanas, Atanas, Atanas. Ah, Atanas lässt sich nicht so schön baiten. Der kommt wieder. Die kommen alle wieder. Hallo. Baites Spiel. Okay. Boss. Ja, dann pullt auch. Du bist der Tank. Hast du Warcraft denn nie Instanzen gespielt, die Damage-Dealer pullen? Psycho ist hier kein Schorke. Wie das dann einfach auch jeder weiß. Oh, die Silence-Ult. Oh mein Gott, wieso leb ich noch? Oh mein Gott, wieso leb ich noch? Wieso leb ich noch? Wieso leb ich noch? Wieso leb ich noch? Ich hab's überlebt! Wie lustiger, dass wir die ehrlich gerade noch hart gerippt haben. Wegfindung! Wie? Also was war das denn? Wie haben wir das geschafft? Wie? Ich meine, wir haben ja eigentlich so viel Damage bekommen. Wie? Weiß ich nicht. Egal. Wie? Das sehen wir uns nochmal im Rückblick an. Juhu! Das war so typisch Psycho-Rohamstier-Aktion, keine Ahnung, aber wir haben überlebt. Wollte ich halt nicht mal Ult oder so, dass ich auch viel schnell rausnehmen konnte, aber irgendwie haben die einfach nichts gemacht, als sie auf dem Punkt standen. Entstanden einfach. Hallo? Wir stehen euch! Wir sind da! Also der Diablo hat seine Ult reingestellt, ja. Gucken wir grad. Okay, der war bald. Ulti! Nehmen wir in aller Ruhe grad den Altar. Danke. Alter, was? Ich bin grad ziemlich am Arsch. Wer hat die Ulti eigentlich für dich gedacht? Achso, oh! Aber die ist auf Rumpel gegangen. Wir müssen halt Wanne rausnehmen, ne? Ne, 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 ne! Ich bin wieder am Arsch zu euch. Ne, 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 ne. Nur nicht! Nur nicht die Damage Martial rausnehmen. Bin wieder auf dem Weg zu euch. Nein, ich mein nicht mehr reingehen jetzt. Doch, wir gehen jetzt wieder rein. Achso, der Tempel ist schon weg. Haben wir den bekommen? Oh, okay. Ich sagte mir, mich hat einfach keiner abbricht und hat den in den Tempel genommen. Ja, das habe ich nicht bekommen, da war ich gerade ein bisschen in Panik. Soto hat es vielleicht gesehen, wo ich mich weggeportet habe. Ich habe mich dort weggeportet. Ja gut, ne? War halt irgendwie, keine Ahnung. Ich dachte mir so, YOLO. Hat Soto mich denn gehielt, dass ich Full Life war, oder was? Ja. Ah, okay, kein Wunder, ja. Ich habe wahrscheinlich genau den E-Gedrückt, was? Ich habe mich schon gewundert, warum ich dann so viel Leben verloren habe, wenn Soto mich auch schon geultet hat, aber das macht ja dann Sinn. Entschuldigung, ihr wollt uns auch vornehmen? Seid ihr behindert? Ob ihr behindert seid, habe ich gefragt. Erstmal hatte Cage. Also der Diablo hat mich gerade nur in einer Attacke gesehen und hatte schon keinen Bock mehr. War nicht gut. Gut, wir bringen da mal, das kommt durch. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Das denke ich mir aber auch gerade. So, ich wollte bloß das Camp durchbringen. Ich glaube, es war Takt. Geht's euch zu gut? Ich glaube, der Befugel hat gerade nicht mit dem Engage gerechnet. Gehst du zu den anderen hoch? Ja. Soto, den lasst ihr bitte in Ruhe. Aua. Wir brauchen nur zwei Tempel, by the way. LOL. Stimmt. Nehmen links. Haltet sie ab. Oh, wir wollen sogar alle drei bekommen, IC. EG. Ja, unten habe ich. Well played. Well played. Krieg ich dir die Mengen noch aus dem Lehm gefickt? Ja, schade. Easy. Das war schön. Das läuft doch. Ja. Das war schön. Das war schön. Vielen Dank.